Moin moin und da sind wir jetzt wieder zurück. Außerhalb der ersten Stunts und hier sind jetzt auch Suchpunkte, um Kristalle zu finden. Und jetzt gehen wir noch mal zu dem Kampfplatz zurück, denn da ist ein Vista. Ach ne, der Aufgang war doch hier hinten. Hier haben wir was. Wollen wir dann auf der Karte weitermachen oder wollen wir erst die andere Karte abschließen? Wir machen hier jetzt so etwas die Umgebung, was die Story angeht. Also jetzt den einen, diese Erinnerungskritte suchen. Vielleicht. Zumindest eine Folge machen wir jetzt auf dieser Karte. So, da war doch... Heldenpunkt ist da... Auch hier in der Nähe. Wer springt denn da die Säule hoch oder wer klettert da die Säule hoch? Okay, Kampf, sind alle da? Ja, nee. Nee, Ditchi fehlt. Naja, ich bin hier, warte, ich habe mir noch das Video hingekommt. Könnte mal betätigen. Bin da. Ist der Tornado abgestürzt oder was? Ja, das sieht so aus. Jetzt nerven ja die Sandlöwen hier. Er ist wieder da. Man kann ja auch fliegen, ne? Boah, aber dieses Katzen-Zeug. Jo. So. Dann, kurzer Blick auf die Karte. Beherrschungspunkt scheint hier sehr in der Nähe zu sein. Der ist aber oben in der Luft. Wenn du mal hoch guckst, dann siehst du oben in der Luft im Himmel so etwas wie Gebäude dargestellt. Ein bisschen, äh, ja. Die Umrisse, die Umrisse sehe ich. Die Umrisse. Ja, und da oben ist der, also da musst du einen Schakal haben. Sonst kommt man da nicht hin. Na dann. So, ähm, ich zeichne mal auf der Karte ein. Diesen Punkt will ich jetzt mal als erstes. Okay. Ja. Schakalstufe 3 fertig. Oh, Kristallscherbe. Okay, da kommen wir nicht rauf, weil wir anderes reit hier. Äh, du... Doch, da kommen wir rauf. Ja, Frage ist, ob ich das jetzt... Will nicht, dass es die Story kaputt macht. Ach, was? Ich will doch noch keinen Haaren zu haben. Oh, okay. Ich sollte später noch mal wiederkommen. Achso. Geilts nicht sagen, dass, dass wir nicht schon Bugs gehabt hätten. Machen wir ein Portal, oder nicht? Ja, aber dann musst du mal herkommen. Achso. Ja, wo? Ach, da. Das wird das Ding mit Dantportal ja hier. Okay. Hör auf, anzugreifen. So, Kristallscherbe. Die Waffe in der Hand zu halten, bedeutet, das Schicksal Therias in der Hand zu halten. Die Kraft, die Welt in ihrer Gestalt zu verändern. Ihre Kräfte reichen aus, die Altdrachen zu besägen. So etwas sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Da widerspreche ich nicht. Okay. Der nächste... Ach Gott, die sind hier überall verteilt. Ja... Kurt Wind macht jetzt eine Folge hier in der... ...auf der Map. Aber werden hier jetzt nicht alle Kristallscherben suchen. Da machen wir erst die andere Map halb fertig. Ähm... Hier unten die Ecke. Da ist nochmal ein Beherrschungspunkt. Sehenswürdigkeit, Aussichtspunkt. Und dann kann man ja auch nochmal zu dem Startpunkt, wo wir waren. Ja, dann können wir uns doch gleich runter porten, weil... Ja, stimmt. Das... Da gebe ich dir ja recht. So, wo gehen wir hin? Zu... Die Wegmarke, die wir ja haben. Markali aus dem Posten. Äh... Ja. Sollte er sein. Gut. Ja. Was ist eigentlich das Herz hier? Belebt ob eines Hitze-Kollaps wieder. Zerstammt verschlimmernde Shoja. Also das macht man am besten hier spawnt immer relativ häufig ein Event. Und da macht man das bei sonst noch das relativ lange. Dann ist die Folge voll. Schaue ich nur gerade... Wo der Beherrschungspunkt hier ist. Irgendwie auf dem Türnchen? Ja, hier oben. Da. Ja, auf dem Turm obendrauf, wie es aussieht. Ja, ja. Hier oben drauf. Kommst du mit dem auch nicht hin? Äh... Ne. Aber mit dem Kanickel. Aber wo ist er denn? Der Portal-Man? Hab keine Ahnung. Wo der... Wo ist unser Portal-Mensch? Ich glaube, ich versuch da hinten mit Timmy zu reden. Ach so, Timmy-Sappeln, ja auch okay. Das können wir auch. Der Mesmer wird hier sehr wichtig. Naja, man kann sich auch einfach das Pad holen. Aber das dauert ein bisschen. Warte, warte. Mach ruhig Portal. Warte! Oh, ne! Oh! Nicht... Oh, Schweinegab. welches mitglied der sonnensperre sucht ihr es gibt so viele hier hört ihr mich event gleich ja was bei mir labbel sabbel so schon deswegen kann man schon mal verteidigen fälschere seite die ganze stadt spricht schon davon was ist denn los waltasar ist wesentlich härter als früher er hat uns weggefegt als wären wir gar nichts und er hat vlast getötet er hat auf den schluss aber vlast hat den treffer abgefangen klingt nach einem plan andere seite wieder andere seite immer hin und her ja ich war nur gekrüppelt ja 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 Was ist das? Ja, ich bin bereit, alles zu bezeichnen. Ich habe hier Stärkung. Ich bin bereit, alles zu bezeichnen. Wir haben weiteres Angriff überlegen. Wir können auch das hier überlegen. Ihr werdet uns nicht entkommen, diesmal nicht. Der hat auch immer den gleichen Satz. Oh, warum bin ich jetzt da hin? Da darf ich. Sie sind durchgebrochen. Versammelt euch im Zentrum. Jetzt, da sie hier drinnen bei uns abbekämpft. Na, haben wir jetzt dieses Event nur, weil ausgewählt wurde mit Sonnensperren? Nee, nee, das ist andauernd dieses Event. Hm. Ganz Story-Event. Ja. Oh, das nervt ja, das gekrüppelt eh. Oh ja. Ja. Aber trotzdem interessant. Denn es passt für die Entscheidung, die wir gewählt hatten. auch schon wieder verkrüppelt eh. Das Osttor ist kaputt. Da ist nichts zu verstärken. Ja. 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 Da ist alles in deinem Schnot. Ja,战. Du hörst ja auch mal, принänglich dass du hast. Ja, Steinor. kinds. Ja, das ist noch mal eine Strecke. ытno. immer noch unverwundbar warum ist immer noch unverwundbar verliert leben bei mir doch 100 prozent 281 80 77 bei mir steht 100 prozent kann ich hier noch retten oder wie gleich das connect kann ich ok ja ja alles klar ich suche da die farben sind von dem film ist mir über als wir das vom von kumir da das land das ist nicht mehr aus dem ersten teil wie das heißt wo kumir ist und sowas und den sonnstern oder was nee wir sind kristallwüste das ist doch von von ersten teil das war doch mal ja 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 muss wir sind müssen in den london sein also das was nightball eigentlich hatte nicht die kristallwüste aus dem hauptteil die sind eigentlich verbunden hat man da noch ein kleines stückchen bekommen hat er was besonderes der hat einmal schlüssel dann auf dem letzten reiter kannst du dir halt so mini holen und ich glaube noch irgendetwas steht aber auch dann immer dran wenn kiste mit elonischen helmen gekriegt cool ich enttäusche sie nur zu gerne immer wieder ich muss mal hier nicht rein ich könnte einen unterschlupf brauchen falls sie nur darauf warten dass ich allein aufbreche wenn und was ihr auch braucht es gehört euch so unser port meister ich muss nur meine sachen einsammeln ich muss ihn ganz klein bisschen für das tussliche herzen machen ja bis ich gehofft hatte wie dieses event funktioniert habe ich den ja nicht gekillt lebt wohl verzeihung hättet ihr kurz zeit das ist uns gelungen die geschmiedeten zu meiden hatte ich nicht gesagt wir schaffen das schon Oh, ich habe ein Sonnenuntergangsjubel gekriegt, was ist das denn da, ok. Viel Glück kriegt man hier, ne, wenn man Gegenstände zerstört. Ja. Ja. So, fertig. Ok. Achso, wir wollen mal gucken, ob wir da hochkommen, ich habe zwar noch keine Ahnung wie. Aber mit einem Hasen sollte das gehen. Vielleicht nicht direkt, aber man kann ja hier... Vielleicht auf den Turm. Er ist auf den Turm. Also nicht direkt auf den Turm, sondern hier hinter, auf das Gebäude und dann... Genau auf diesen hier. Also von dem Turm vielleicht. Ich war, nehm einen auf den Turm von hier unten. Okay. Ja, bis oben. Irgendwie beim Absteigen... Muss man ein bisschen aufpassen, ne. Ist das gerade ehrlich, das glaube ich. Oh. Oh. Mein. Nein. Das Portal benutzen wird. Ja. Und jetzt warte ich, bis das Portal weg ist. Immer warten, ja. Ah. Ah. Stand aber kommunizieren. Ja. Ja. Ja, im Zweifelsfall, dann mache ich doch noch ein paar. Könnt ihr eigentlich schon wieder was auswählen, oder so? Ne. Achso, habe ich in der Instanz. Ah, ok. Also ich habe jetzt das Schluchtspringen, das vierte ist halt gerade in Arbeit. Da fehlen dann aber auch noch zwei weitere Punkte. Ja, das würde ich erstmal noch nicht nehmen. Die ersten drei sind erstmal die wichtigen. Und dann lieber fürs nächste auch bewahren, weil zwischendurch werden die Punkte mal knapp. Ok. So. Zuerst würde ich eher links gehen, um dann diese Vista hier... Verzeihung. Hättet ihr kurz Zeit? Mhm. Ich glaube, da können wir hier an der... Hier oben lang. Ah. Äh, Vista, Vista. Ja, einfach mir nach. Ja. Ah ja. Da, wo ich vorhin in der Instanz schon hingesprungen bin. Ach nee. Jetzt war Ausdauer weg, meine Güte. Ich hasse das Spiel. Äh. Gut. Ich weiß aber nicht, ob ich von hier rüber gesprungen komme. Ich versuch's. Also von dem einen... Was war das? Da kann man springen. Ich hatte's ja schon. Ja. Was war das denn? Ah, Beherrschungspunkt. Sehr schön. Das war aber auch ein sehr... Ganz so einfacher Sprung. Ja. Und zwei für zwei. Und wir können schon um den Port. Ja, ho, ho, ho. Aber, alle da. Alles schön. wo truhe oder was ist das hier cool was ist denn da unten was macht er da war nur ein welcher abschlachten okay hier an der seite sind kann man eigentlich links weiter also willst doch auf dieser map jetzt noch bleiben ja zeit reicht dann vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns das nächste mal wieder ist denn schatter